Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfad des Wissens. Wir befinden uns in der Vorlesungsreihe Grundgesetz und dort auf Teil 4 die Ordnung Deutschlands Teil 2, was auch gleichzeitig die letzte Vorlesung dieser Vorlesungsreihe sein wird. Schauen wir mal, worum es da gehen wird. Hauptsächlich, wie ihr seht, um den Bundesrat, den Bundespräsidenten und Bundeskanzler und Minister. Ich sprich also, wirklich die politische Ordnung. Fangen wir an mit dem Bundesrat. Der beginnt im Artikel 50 und dieser besagt, durch den Bundesrat wirken die Länder bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes und in Angelegenheiten der Europäischen Union mit. Das ist eigentlich relativ selbsterklärend und würde ich gerne so stehen lassen. Ebenfalls leicht zu erklären ist der Artikel 51 Absatz 1, der besagt, Der Bundesrat besteht aus Mitgliedern der Regierungen der Länder, die sie bestellen und abberufen. Das heißt, im Bundesrat sind immer wirklich Vertreter der einzelnen Länder und diese zusammentreffen halt die Entscheidungen. In Absatz 2 folgt dann Mal sehr simpel ausgedrückt, ein großes Land hat mehr Stimmen, was natürlich auch Sinn macht, weil die Volksvertreter natürlich auch mehr Leute unter sich haben, die sie vertreten. Und somit hat man versucht, eine Stimmengleichheit zu schaffen in dem Sinne. So, also, was bedeutet das nochmal aufgeschlossen? Sind es weniger oder gleich 2 Millionen Einwohnern, dann hat dasjenige Bundesland 3 Stimmen bzw. auch Abgeordnete. Bei 2 bis 6 Millionen Einwohnern sind wir dann bei 4 Stimmen, bei 6 bis 7 Millionen Einwohnern sind wir bei 5 Stimmen und alles, was über 7 Millionen Einwohner drüber geht, das sind 6 Stimmen. Damit sind wir schon bei Punkt 2, dem Bundespräsidenten. Beginnen wir mit dem Artikel 54 Absatz 1, Der besagt, der Bundespräsident wird ohne Aussprache von der Bundesversammlung gewählt. Wählbar ist jeder Deutsche, der das Wahlrecht zum Bundestag besitzt und das 40. Lebensjahr vollendet hat. Ich möchte da ein bisschen näher drauf eingehen, denn das bedeutet ja im Prinzip, dass die Bundesversammlung wird nur zur Wahl des Präsidenten gebildet und setzt sich halt aus Abgeordneten des Bundestages, der Landtage, des Berliner Abgeordnetenhauses und dem Hamburgischen und Bremischen Bürgschaften zusammen. Die alle, die da Vertreter haben, die wählen dann den Bundespräsidenten und der muss halt mindestens das 40. Lebensjahr vollendet haben. Artikel 54 Absatz 2 besagt, Das Amt des Bundespräsidenten dauert 5 Jahre, anschließende Wiederwahl ist nur einmal zulässig. Das heißt also, sehr simpel gesagt, man kann nicht öfter als zweimal Bundespräsident am Stück sein und des Weiteren ist das ein kleiner Unterschied zu dem Bundestag, der ja für vier Jahre gewählt wird. Der Bundespräsident hat halt immer ein Jahr mehr. Artikel 55 Absatz 1 besagt, Der Bundespräsident darf weder der Regierung noch einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes angehören. Wenn wir dann noch in den Artikel 55 Absatz 2 schauen, sehen wir auch, was er nicht darf. Und zwar, er darf kein profitorientiertes Unternehmen leiden und er darf auch keinen anderen Beruf ausüben. Damit soll gewährleistet werden, dass der Bundespräsident eigentlich nur das eigene Gewissen und neutral agiert und nicht irgendwie von solchen, nennen wir es mal, Institutionen beeinflusst ist und daher eine vorgefertigte Meinung hat. Okay, der Artikel 58 wird so zitiert, Ich denke, das ist zwar eigentlich auch relativ klar, aber es gibt da noch eine kleine Ausnahme. Das gilt nämlich nicht für die Ernennung oder Entlassung des Bundeskanzlers oder bzw. und die Auflösung des Bundestages. Artikel 59 Der Bundespräsident vertritt den Bund völkerrechtlich. Okay, das macht natürlich Sinn. Er ist ja sozusagen auch unsere Auslandsvertretung allgemein. Er schließt im Namen des Bundes die Verträge mit auswärtslichen Staaten und er beklaubigt und empfängt die Gesandten. Das sind sozusagen der Artikel 59 Regel, wenn man so möchte, seine außenpolitischen Aufgaben. Artikel 60 Absatz 1 Das ist die Aufgabe, die er sozusagen innenpolitisch hat. Und zwar er nennt der Präsident Bundesrichter, er entlässt sie auch. Dasselbe gilt für Bundesbeamten, Offiziere und Unteroffiziere. Und es gibt die Möglichkeit, das gesetzlich einzuschränken. Das ist aber in der Regel nicht so der Fall. Artikel 61 Absatz 1 Der Bundestag oder der Bundesrat können den Bundespräsidenten wegen vorsätzlicher Verletzung des Grundgesetzes oder eines anderen Bundesgesetzes vor dem Bundesverfassungsgericht anklagen. Das ist natürlich auch Sinn macht. Voraussetzung dafür ist aber, dass mindestens ein Viertel der Mitglieder des Bundestages bzw. des Bundesrates den Antrag auf Erhebung der Anklage stellen. Und nach Artikel 61 Absatz 2 des Grundgesetzes prüft dann das Bundesverfassungsgericht den Vorwurf und dann kann es halt passieren, dass der Präsident von seinem Amt ermunden wird. Und damit sind wir schon bei einer anderen Institution, und zwar dem Bundeskanzler und seiner Minister. Das beginnt im Grundgesetz ab dem Artikel 62 und dieser besagt Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und aus den Bundesministern. Gut, ich denke, das bedarf auch keiner weiteren Erklärung. Ebenso wie Artikel 63 Absatz 1, der besagt Der Bundeskanzler wird auf Vorschlag des Bundespräsidenten vom Bundestag ohne Aussprache gewählt. Artikel 63 Absatz 2 Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf sich vereinigt. Das ist, denke ich, auch eigentlich bekannt. Absatz 3 Wird der Vorgeschlagene nicht gewählt, so kann der Bundestag binnen 14 Tagen nach dem Wahlgange mit mehr als der Hälfte seiner Mitglieder einen Bundeskanzler wählen. Das schauen wir uns gleich dann nochmal in den Schaubild an, das ich erstellt habe, dann wird das etwas deutlicher. Innerhalb der Gesetze ist das ein bisschen verworfen, aber der Artikel 63 zeigt sozusagen, wie die Wahl des Bundeskanzlers stattfindet. In Absatz 4 können wir dann Folgendes lesen Kommt eine Wahl innerhalb dieser Frist nicht zustande, so findet unverzüglich ein neuer Wahlgang statt, in dem gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Okay, nehmen wir das mal auseinander. Also, falls die Wahl nicht erfolgreich war, kommt nochmal eine neue Wahl. Weiter Vereinigt der Gewählte die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf sich, so muss der Bundespräsident ihn binnen sieben Tagen nach der Wahl ernennen. Okay, das heißt nur, der Gewählte muss ernannt werden. Und der letzte Satz, erreicht der Gewählte diese Mehrheit nicht, so hat der Bundespräsident binnen sieben Tagen entweder ihn zu ernennen, oder den Bundestag aufzulösen. Ja, das heißt, da wird also ein sogenannter Minderheitskanzler, der nicht die volle Mehrheit hat, vom Bundespräsidenten gewählt, also ernannt besser gesagt, oder der Bundestag wird aufgelöst. Was natürlich etwas ungünstig wäre, weil in dem Moment wäre man ohne eine Regierung. Okay, hier müssen wir uns erstmal auseinandersetzen mit den verschiedenen Mehrheitsbegriffen, die hier eigentlich auftauchen, damit wir sehen können, welche Mehrheit denn hier eigentlich angestrebt ist. Es gibt die sogenannte relative Mehrheit. Das bedeutet, dass derjenige Vorschlag oder die Person gewonnen hat, die die meisten Stimmen einfach erhalten hat. Grafisch dargestellt sieht das so aus, Wir haben hier vier Balken, die die Stimmen von 1, 2, 3 und 4 wiedergeben. Und wir sehen, Kandidat 1 hat hier die meisten Stimmen bekommen, Rot also. Rot hat daher gewonnen, da er die meisten Stimmen hat. Dann gibt es die einfache Mehrheit, die eigentlich gar nicht so einfach ist. Bei der hat nämlich derjenige Vorschlag, beispielsweise diejenige Person gewonnen, die mehr Stimmen als alle anderen zusammen hat. Schauen wir uns das im Diagramm an. Das wäre zum Beispiel hier der Fall, weil wir sehen, Gelb hat mehr Stimmen als alle anderen zusammen, wenn wir das addieren. Ich habe das mal gemacht, ich habe mal alle zusammengesetzt. Gelb hat wirklich mehr Stimmen als alle anderen zusammen, und daher hat Gelb gewonnen, da sie mehr Stimmen als Rot und Blau und Grün zusammen haben. Wäre das nicht der Fall, gäbe es eventuell gar keinen Gewinner. Absolute Mehrheit. Da hat der Vorschlag, beziehungsweise die Person gewonnen, welch einen festgeschriebenen Prozentsatz erreicht. Das gibt es auch häufig. Schauen wir uns das Bild an hier, da ist Blau eindeutig in der Übermacht. Und zum Beispiel bei einer 2 Drittel Mehrheit. Dann hat in diesem Fall Blau gewonnen, da er mehr als 2 Drittel der Stimmen erhalten hat. Es gibt da die verschiedensten Mehrheitsmodelle. Man kann sagen, 2 Drittel Mehrheit, 1 Viertel Mehrheit, 50-50 Mehrheit oder 1 Halb Mehrheit. Ja. Das sind die verschiedenen Mehrheiten. Daher können wir jetzt nochmal genau darauf eingehen, wie die Bundesregierung gebildet wird. Und zwar, wenn wir an das Gesetz zurückdenken, da gibt es den Bundespräsidenten, der diese ganze Ernennung macht. Der schlägt erstmal einen Kandidaten vor. Und zwar den Bundestag. Und dieser wiederum stimmt ab, ob er den Kandidat für geeignet hält. Ist das der Fall, wird der Kandidat zum neuen Bundeskanzler. Die Sache ist relativ schnell vom Tisch. Ist das allerdings nicht der Fall, muss der Bundestag einen neuen, eigenen Kandidaten wählen, also nicht der, der vom Bundespräsidenten vorgeschlagen wurde. Natürlich bei einer Wahl ist dann die Frage, ob der Kandidat eine Mehrheit hat. In dem Fall muss es eine absolute Mehrheit sein. Ist das der Fall, wird der Kandidat zum neuen Bundeskanzler. Ist das nicht der Fall, kommt es erneut zu einer Wahl. Dann wird wieder mal geschaut, ob der Kandidat die absolute Mehrheit hat. Bei Ja ist es halt der neue Bundeskanzler. Falls nicht, wird der sogenannte Minderheitskanzler gewählt oder der Bundestag wird aufgelöst. Das macht dann auch der Bundespräsident. Ihr seht, ist eigentlich gar nicht so einfach. Im Prinzip, Bundeskanzler schlägt Kandidat vor, der wird gewählt oder auch nicht. Wenn er nicht gewählt wird, dann wählt der Bundestag selbst. Gibt es keine Mehrheit, machen Sie nochmal einen Wahlgang. Ist dann immer noch keine Mehrheit, gibt es einen Minderheitskanzler oder halt die Auflösung des Bundestages. Okay, machen wir weiter. Und zwar mit dem Artikel 65. Der besagt wortwörtlich, Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung. Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Bundesminister seinen Geschäftsbereich selbstständig und unter eigener Verantwortung. Wenn er so möchte, sind also die Bundesminister zwar selbstständig, aber arbeiten aber sozusagen für den Bundeskanzler mehr oder weniger auch vor. 65a, der irgendwann erst dazu gefügt wurde, besagt, Der Bundesminister für Verteidigung hat die Befehls- und Kommandogewalt über die Streitkräfte. Gilt hierbei nicht im Kriegsfall. Artikel 66. Der Bundeskanzler und die Bundesminister dürfen kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und kein Beruf ausüben und weder der Leitung noch ohne Zustimmung des Bundestages den Aufsichtsrate eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens angehören. Ja, damit ist halt versucht worden vorzubeugen, dass irgendwelche Staatschefs, wenn man so möchte, Minister etc. in Unternehmen vorsitzen und diese durch die Politik bevorteilen. Aber mit ein wenig Tricksereien kann man das, wie gesagt, umgehen, beziehungsweise einfach mit der Zustimmung des Bundestages. Okay, Artikel 69 Absatz 1. Der Bundeskanzler ernennt einen Bundesminister zu seinem Stellvertreter. Okay. Absatz 2. Das Amt des Bundeskanzlers oder eines Bundesministers endet in jedem Falle mit dem Zusammentritt eines neuen Bundestages. Das heißt, man simpel ausdrückt, es kann nicht zwei Bundestage gleichzeitig geben. Die gehen nahtlos ineinander über. Schauen wir uns dabei mal die Aufgaben der einzelnen Organe an. Welche hatten wir? Den Bundespräsident, der ein selbstständiges Organ darstellt. Was macht der so? Naja, wenn wir uns recht erinnern, er schlägt den Bundeskanzler vor, er verdrückt Deutschland nach außen, er nimmt Bundesminister, Bundesrichter, Bundesbeamte und Offiziere, verkündet den Verteidigungsfall und kann auch einzig und allein den Krieg erklären. Der oder die Bundeskanzlerin schlägt Bundesminister vor, hat im Verteidigungsfall Heeresgewalt, das heißt also, da ist er nicht mehr der Verteidigungsminister, wie ich schon gesagt habe, sondern der Bundeskanzler im Kriegsfall leitet selbst die Truppen, bestimmt die Richtlinie in der Politik, bestimmt einen Stellvertreter und kann die sogenannte Vertrauensfrage stellen und so gegebenenfalls zur Auflösung des Bundestages führen. Die Bundesregierung selbst verwaltet Deutschland, kann neue Gesetze vorschlagen und regelt die Ausführung der Bundesgesetze durch die Bundesbehörden. Erinnert euch, die Bundesregierung besteht prinzipiell aus Bundeskanzler plus Minister. Und jene, die Bundesminister, die haben jeder halt ein Bundesministerium unter sich, leiden dieses, in eigener Verantwortung für ihre Tätigkeit. Manche haben dabei aber noch Sonderfunktionen. Zum Beispiel der Finanzminister kontrolliert halt den Etat aller Ministerien und nicht nur seines eigenen, er hat sozusagen ein übergreifendes Recht. Okay, um das zu festigen, was wir gerade gelernt haben, bietet sich natürlich wie immer eine Übung an. Daher eure Aufgabe, löst folgende Aufgaben unter Nennung der gesetzlichen Grundlagen, begründet dabei eure Antwort. Hier sind drei Aufgaben. Ich wünsche euch viel Erfolg. Am besten ihr pausiert das Video. Ich springe zur Erlösung und dann vergleichen wir. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zur Lösung. A. Hier greift Artikel 50 des Grundgesetzes und nach dem dient der Bundesrat dazu, dass die einzelnen Bundesländer an der Gesetzgebung und an der Verwaltung des Bundes mitwirken. Nach Artikel 51 Absatz 1 setzt er sich aus den Vertretern der jeweiligen Bundesländer zusammen. b. Nach Artikel 54 Absatz 1 kann halt jeder deutsche Bundespräsident werden, allerdings muss er dabei mindestens das 40. Lebensjahr erreicht haben und das Wahlrecht zum Bundestag besitzen. Die Aufgaben, die er hat, ist, Deutschland nach außen zu vertreten, den Bundeskanzler vorzuschlagen, Bundesminister zu ernennen, Richter, Beamte und Offiziere ebenfalls. Zudem kann er den Verteidigungsfall verkünden bzw. Kriegserklärungen aussprechen. c. Nein, denn nach Artikel 63 des Grundgesetzes ist das erst möglich, wenn der Bundestag den vorgeschlagten Kandidaten ablehnt und auch zweimalig keiner an eigenen Kandidaten mittels Wahl bestimmt hat. Ich hoffe, die Vorlesung war lehrreich für euch, ihr hattet ein bisschen Spaß, über eine gute Bewertung würde ich mich natürlich freuen. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch ein schönes Wochenende oder einen schönen Tag, je nachdem man ja schaut. Tschüss!